Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Flohmarkt Video. Ich war jetzt eine Woche lang in Österreich, in meiner Heimat sozusagen, bei meinen Eltern, mit Diana. Und wir haben da ein bisschen rumgechillt und sind natürlich auch am Wochenende auf dem Flohmarkt. Ich muss sagen, ich war extrem positiv überrascht über die Flohmärkte in Österreich. Ich war, soll ich den Ort sagen? Ne, ich weiß nicht. Ort sagen ist auch blöd. Ich war auf jeden Fall in Österreich und wir waren am Samstag auf einen Flohmarkt am Vormittag und am Sonntag auf drei Flohmärkten. Problem war, Samstag sind wir ganz entspannt über den Flohmarkt, aber Sonntag mussten wir über die drei Flohmärkte ziemlich schnell rushen, weil ich Geburtstag hatte und wir Mittagessen gehen wollten. Das heißt, wir hatten nicht so viel Zeit bis 12 Uhr und drei Flohmärkte, wovon einer richtig groß war, war ziemlich sportlich. Also ich habe bestimmt leider einiges übersehen. Trotzdem bin ich mega zufrieden mit dem, was ich bekommen habe. Ich habe relativ wenig Geld ausgegeben. Ich habe, glaube ich, nur so um die 70 Euro ausgegeben und habe so krassen Scheiß gefunden. Also, muss ich mal sagen, Klasse statt Masse. Qualität über Quantität. Es war einfach geil. Fangen wir mit etwas an, was ich noch nie gefunden habe und euch auch mal zeigen wollte. Ihr wisst bestimmt alle, dass man sealed, also brandneue Musikkassetten, leere VHS-Kassetten, leere immer mitnehmen soll. Was ich dieses Mal aber gefunden habe, waren diese Sony Hi8, keine Ahnung, HMP, Metal, Partikel, Videokassetten, irgendwas, die sind für Kameras. Ich hatte schon mal so eine Kamera, die ich verkauft habe, wo diese Kassetten reingehören. Also, Sony, eine gute Marke, ein Videoformat, was man nicht so häufig findet und deshalb verkauft sich so etwas im Zweier-Set, am besten, so spart ihr Versandkosten, im Zweier-Set, Leute, verkauft es sich für den Preis hier. Okay, schon mal geil. Ich werde ein bisschen mehr verlangen, da das ein bisschen zu günstig war. So, also wir kriegen so um den Dreh 35 Euro für zwei Kassetten. Ist schon mal geil. Ich habe davon aber zwölf. Das heißt, ich werde sechsmal so einen Bundle einstellen. Und sechsmal 35 Euro, wow. Und was habe ich dafür bezahlt, für diese ganzen Kassetten? Acht Euro. Acht Euro. Verstehe ich aber auch, dass die Verkäuferin nicht den Wert wusste, denn ich wusste ihn auch nicht. Ich wusste nur, okay, sealed, Kassetten nehme ich mit, geiler Scheiß, kann man nichts falsch machen. Aber, dass die so viel Geld bringen, boah. Diese 8 Euro in über 200 Euro hat sich schon mal sehr gelohnt. Natürlich, ihr wisst Bescheid, Ebay-Gebühren, Versandkosten kommt noch davon weg, bla bla bla. Verkauft immer gewerblich. Ich sage es in jedem Video. So, dann noch eine Überraschung. Ich kaufe ja immer aktuell seit neuestem DVD-Boxen von gewissen Staffeln, von Fernsehserien und so weiter. Finde ich euch ganz geil und ganz cool. Verkauft sich auch schnell. So wie zum Beispiel, was ich schon mal gezeigt hatte, Stargate Atlantis. Diesmal habe ich mitgenommen, perfekt zum Video und zu meinem Job passend, Hustle. Unehrlich werde am längsten. Diesen Satz würde ich jetzt nicht unterschreiben, also ich bin immer ehrlich zu euch. Hustle, auf jeden Fall. Ne DVD-Box, 8 DVDs, Staffel 1 bis 4. Okay, ihr seht, es ist noch brandneu verpackt. Brandneu. So. Gebraucht verkauft sich der Bums dafür. Bruder, die ist neu. Ich werde dafür einfach mal 150 Euro ansetzen. Wahrscheinlich schreibt mal in die Kommentare, was würdest du dafür verlangen, für diese brandneue DVD-Box nicht gebraucht. Schreibt mal rein. Sagst du 150 ist zu viel? Ist zu wenig? Erzähl es mir mal in den Kommentaren. Auf jeden Fall. 150 Euro sollten drin sein. Und ich habe bezahlt. 5 Euro, Bruder. 5 Euro. Also ihr seht schon. Allein die Sachen hier. Alter. Das Ding gerade mal. 13 Euro. Into. 350, 400 Euro. Alter. Ich sag doch, Österreich hat mich so überrascht. Die Flohmärkte waren nicht gigantisch. Ich habe nicht viel gefunden. Aber was ich gefunden habe. Bruder. Dann. Kommen wir mal zu was normalerem, bevor wir zu dem nächsten Highlight kommen. Und zwar, das habe ich glaube ich schon mal gezeigt. Bin mir aber unsicher. Deshalb wollte ich es nochmal zeigen in dem Video. Dieses kleine Brettspiel. Oder ja, kleine Brettspiel. Trans America. Eine Spur schneller. Das ist so teuer. Ich habe glaube ich 2 Euro bezahlt. Und das Trans America verkauft sich für den Preis hier. Gebraucht. Leute. Wir reden hier von gebraucht. Einem kleinen Brettspiel. Und für 2 Euro gekauft. Ich sag's doch. Es war krank in Österreich. Es war krank. Und diese 3 Flohmärkte, wo wir waren. Sind jedes Wochenende. Alter. 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 Dann. Was Größeres, was ich nicht liegen lassen konnte. Aus Prinzip. Ihr werdet gleich sehen, warum. Monopoly. Aber. Die Österreich-Ausgabe. Die Österreich-Ausgabe, Leute. In Österreich gekauft. Die Österreich-Ausgabe. Sehr geil. Aus dem Jahr 2001. Wenn ich es richtig sehe. Mega geil. Mega cool. Ist vollständig. Und ich kann. Jetzt mal ernsthaft. Ich konnte auch die Österreich-Ausgabe in Österreich nicht liegen lassen. Oder? Das geht doch gar nicht. Und der Bums. Wurde in letzter Zeit nicht verkauft. Ich habe nur so ein ähnliches gefunden. Mit einem anderen Datum. Hier. Also ich schätze mal. Also ich vielleicht so 35 Euro bekomme. Da das Spiel Arsch selten ist. in dieser Österreich-Variante. Und damit bin ich auch schon wieder mega zufrieden. Bezahlt. 5 Euro. Dann. Noch ein Brettspiel. Was neu ist. Habe ich noch nie gesehen für mich. Also ich persönlich habe es noch nie im Flohmarkt gesehen. Bewusst. Just for fun von Cosmos. Okay. Merkt euch das. Just for fun von Cosmos. Denn das bringt gebraucht. Oh Gott. Mir ist so warm. Es tut mir leid, wenn ich hier im Video rumschwitze. Das. Es ist so schwül draußen. Das gebraucht bringt den Preis hier ein. Das lohnt sich auch für. Ich glaube das waren auch 2 Euro. Lass es 3 Euro gewesen sein. 35 Euro. Das ist lecker schmecker. Was haben wir noch? Stofftiere. Natürlich. Stofftiere haben wir auch noch. Da habe ich etwas mitgenommen. Was ich immer mitnehme. Da weiß ich auch nicht. Habe ich das schon mal in einem Video gezeigt. Leute. Lasst niemals einen Obi-Bieber liegen. Egal ob es der neue ist. Oder der alte Obi-Bieber. Immer mitnehmen. Leute. Ich habe dafür bezahlt. Ich glaube es waren auch 2 Euro. Und der bringt im Verkauf so um die 20 Euro. Also den kann man immer immer mitnehmen. Obi-Bieber. Günstig. Weihnachten. Dann hat meine Freundin Daena. Ne. Dann habe ich was für meine Freundin Daena gefunden. Dort wo ich den Obi-Bieber aus der Kiste rausgezogen habe. Habe ich auch noch das rausgezogen. Wie geil. Ein offizielles Digimon aus den 90ern. Gartumon. Wie geil. Mit den richtig schönen Augen. So gestickt noch. Und nicht so aufgeklebt oder irgendwas. Mega süßes geiles Gartumon. Habe ich natürlich Diana übergelassen. Also ist ihres. Ich konnte sie ihr nicht wegnehmen. Das bringt so um den Dreh so 15, 20 Euro. Ist es nicht so teuer. Aber es ist arschgeil. Ein arschgeiles Gartumon für Diana. Kuss geht raus. Habe ich aus der Kiste rausgezogen. Und wenn wir noch bei Blühstirn sind. Um aufpassen. Ihr denkt euch wahrscheinlich. Was hat der für. Warum kauft der so einen riesen Teddybär? Ist der blöd? Weil der ist locker. 70 Zentimeter. 74 Zentimeter. Locker. Warum habe ich den gekauft? Ihr seht es wahrscheinlich. Er ist von Niki. Von Niki, Leute. So ein riesen Blühstür von Niki geht immer. Ihr seht meinen Kopf, ne? Er ist riesig. Er ist einfach nur riesig. Mir ein bisschen zu groß. Aber ja. Den gleichen habe ich jetzt nicht gefunden auf Ebay. Aber so um den Dreh werde ich das gleiche verlangen. Und auch das gleiche bekommen. Und zwar das hier. Diese Größe ist halt krass. Wie gesagt. So zwischen 70, 80 Zentimeter. Ich kann es auch nicht genau einschätzen. Ich habe es noch nicht gemessen. Einfach nur gigantisch. Riesig. Der musste mit. Und wie gesagt. Ich zeige euch ja in den Videos immer nur die Highlights. Ja. Ich habe noch mehr mitgenommen. Aber das habe ich schon mal in einem Video gezeigt. Oder bringt jetzt nicht so viel Geld. Und so weiter. Ich war mit allem immer gut plus. Aber bringt jetzt nicht so viel Geld. Dann. Mein Abschluss-Highlight aus Österreich. Also ich bin schon mal sehr zufrieden. Allein das hätte gereicht. Das hätte gereicht, Leute. Okay. Das hätte komplett gereicht. Mit den zwölf Kassetten. Hätte komplett gereicht. Aber. Was ich noch gefunden habe. Für. 15 Euro. 15. Ne. Oder 20. Scheißegal. Zwischen 15 und 20 Euro. Leute. Ne Fritzbox. Denkt euch. Jo. Nehmt man doch öfter mal mit. Ne 75, 30. Alles gut. Leute. Die ist brandneu. Die hat noch die Folie drauf. Die Kabel wurden nie benutzt. Die ist einfach brandneu. Okay. Und brandneu verkauft sich diese Fritzbox für den Preis hier. Alter. Was war in Österreich los? Ich kann es noch immer nicht fassen. Das waren jetzt die ganzen Highlights. Brettspiel haben wir gesehen. DVDs. Kassetten. Ne Fritzbox. Stofftiere. Und so weiter. Und so weiter. Es war krank. Es war krank. Es war. Wie gesagt. Es waren kleine Flohmärkte. In Anführungszeichen. Im Vergleich zu Deutschland. Es waren aber so geile Flohmärkte. Es war so günstig. Oh. Eine Sache wollte ich noch sagen. Genau. Handeln wollten die Leute gar nicht so. Also. Schwierig. Handeln war sehr schwierig. Meistens habe ich den Preis gezahlt. Den sie haben wollten. Handeln. Schwierig. Schwierig. Aber trotzdem. Geil. Leute. Eure Meinung zu den Funden. Oberdechnen in die Kommentare. Ich bin noch immer aus dem Häuschen. Wie schon gesagt. Hätte ich nur drei Sachen gefunden. Wäre auch schon der Tag gerettet gewesen. Einfach nur krank. Einfach nur krank. Eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe ihr hattet auch ein geiles Flohmärkte. Ich hoffe ihr habt das nächste Wochenende. Wird auch wieder nice. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht kostenlos zu abonnieren. Liken. Bruder war es gut raus. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe ihr habt was gelernt wieder. Und. Ciao. Ciao.